So, verehrte Damen und Herren, ich fordere Sie nochmals auf, gehen Sie bitte auf die nördliche Fahrbahnseite. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ein Verbleiben und der notwendige Einsatz eventuell eines Weckdrängs durch uns videografiert wird und den Tatbestand einer Straftat erfüllen könnte. Das möchte ich gerne vermeiden, von daher möchte ich, dass Sie einfach auf die andere Seite gehen. Sie können gerne vor Ort bleiben, aber die Unterfahrbahn muss hier aus Sicherheitsgründen freigemacht werden. Kommt mal, da kriegst du das nicht Geld, wenn du das nicht würdest. Aber es ist ja erst Ende des Jahres oder so. Ja, ja. Kontakt genauer kann man hier machen. Okay, warte. Kann ich dir gleich hin? Ja, klar, klar. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen habe. Einstieg! So, wo stehen wir jetzt? Sehen wir ihn? Ganz schön blau. Wir stehen auf jeden Fall mit dem Begriff. Ist ganz schön blau, ne? Ja. Vielen Dank. Ich habe ihn vollzogen. Wir stehen auf jeden Fall! Wir stundern wegen dercknowität! Die Wachdregen pinsche! Die Wachdregen der Testkammel! Die Anрав �很 günstig! Unter patronen es ist das Wachst also heißt es bowler! Eine controvertretende Strände! Not 관련 dieufe! Segамен behaupten, unverm Power! Wir gehen in den Bestandes auf jeden Fall! Fixieren! Die Stadt ist uns nachvollziehbar. So meine Damen und Herren, hier ist noch mal die freundliche Berliner Polizei, ich fordere Sie nochmal auf, verlassen Sie die fünftige Fahrbahn, hier haben wir auf den Fahrschreifen, auf den Fahrschreifen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.